Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Drehstrom ist unser Thema. Nun, das letzte Mal haben wir das aufgezeichnet mit den drei Wechselstromsystemen hier. Ich habe gesagt, ja okay, der Neutralleiter kann mit durch einen Leiter ersetzt werden, nämlich den Neutralleiter dieser Rückleitungen der drei Drehstromsysteme, dann sind die alle irgendwie verbunden und dann kann das so ausschauen, und bei symmetrischen Belastungen heben sich diese äußeren Ströme auf und dann haben wir die verkettete Spannung noch ausgerechnet mit diesem Wurzel 3. Ich habe gesagt, ich zeige das am Computer her, dass man sich dazu die Sinusschwingungen ein bisschen vorstellen kann. Und genau das möchten wir jetzt machen. Also bitte das im Kopf zu behalten, wir werden diese Schaltung machen, nicht das Grüne, sondern diese Sternschaltung, heißt das, wo es einen Sternpunkt gibt, wo praktisch die Phasenspannungen verwendet werden und nicht die verkettete Spannung. Nun, bitte das im Kopf zu behalten, wenn wir jetzt zum Computer wechseln. Und das machen wir jetzt. So, also hier im Computer haben wir wieder ein kleines Spreadsheet gebastelt, mit dem das ein bisschen ausrechnen oder ein bisschen visualisieren kann. Nun, wir haben hier in diesem Bereich haben wir unser Zeigerdiagramm und hier haben wir die Wellen dazu, die Sinusschwingungen, wie das halt so ausschaut. Und da sehen wir, hier habe ich schon eine Spannung eingezeichnet, das U1 nach unten, so wie es hier auch war, und das I1 mit einer Phasenverschiebung, das ist halt ein bisschen später, weil es rotiert dagegen den Uhrzeigersinn, mathematisch positiv. Und da sehen wir auch in den Sinusschwingungen, der große blaue Zeiger rotiert und hinterlässt auf der realen Achse diese Spur und der kleinere rote Zeiger rotiert ebenfalls mit der gleichen Geschwindigkeit, nur wieder ein bisschen später. Und es ergibt diese rote Schwingung hier. Okay? Und wir sehen, es beginnt schon im Negativen, das ist halt dieser negative Bereich da auf der realen Achse. Soviel zu den Zeigerdiagramm. Das sollte man eigentlich kennen von der Wechselstromrechnung. Und jetzt schauen wir uns das U2 dazu an und das I2. Und das U2 ist halt um 120 Grad weiter hinten Phasen verschoben und das I2 stellt sich entsprechend der Last vor U ein. Jetzt im Moment ist es eingestellt eine symmetrische Last, deswegen schaut das ganz genauso aus. Wenn wir uns die Sinusschwingungen dazu anschauen, dann schauen wir uns auch das U2 und das I2 an, schaut das so aus. Wir sind einfach später dran. Und zwar um diese 120 Grad verspätet dran. Das ist das zweite Wechselstromsystem. Und da, ich meine, die zwei Sachen schauen absolut gleich aus wegen der symmetrischen Belastung, nur halt ein bisschen Zeit versetzt. Und die Zeit entspricht eben 120 Grad von dieser Sinusschwingung. Deswegen da die 120 Grad. Blenden wir auch noch das U3 ein. Bug. Sind wir so benannt. Wieder 120 Grad. Jetzt haben wir diesen dreizackigen Sternending. Perfekt. Und wie schaut das aus mit den Sinusschwingungen? Nun, da schaut das so aus. Jetzt schaut es schon ziemlich unübersichtlich aus. Jetzt weiß man, warum ich das nach der Reihe einschalte und nicht einfach hingleiche. Schaut nämlich unübersichtlich aus. Aber wir sehen, die durchgezogenen Linien, die strichlierten Linien und die strichpunktierten Linien schauen eigentlich immer gleich aus. Auch zueinander, weil es eine symmetrische Belastung gibt. Okay. Und deswegen... Schaut das halt so aus, wie es ausschaut. Wie schauen jetzt die verkettenden Spannungen aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, so wie wir es hier dort drüben gemacht haben, auch einzeichne praktisch das U12, also die Spannung zwischen der Phase 1 und der Phase 2, das ist diese da, die dünne. Wie schaut die als Sinusschwingung hier aus? Wenn wir uns hier die Sinusschwingung anschauen, dann sehen wir, aha, das ist aber ganz schön groß geworden. Das ist nämlich, weil ja immer U1 und U2 voneinander abgezogen wird. Okay. Auch hier, Daten auswählen, U23, U31, Bug, schaut so aus einfach. Also das ergibt wieder Sinusschwingung, nur größer. Im Zeigediagramm haben wir es halt. Ebenfalls da diese Dings dazwischen. Eigentlich gehören die auch in den Nullpunkt geschoben, hier, Bug, aber hier oben. Wir haben das ja hier einmal gemacht. Und dann habe ich auch erwähnt, wenn wir es gleich da einzeichnen, haben wir praktisch das Gleiche. Der Startpunkt der Spannung ist natürlich der Nullpunkt. Gut. Blenden wir die wieder aus, würde ich vorschlagen. Das U1, weil so viele Linien brauchen wir jetzt doch nicht, macht es wirklich, macht es dann doch etwas unübersichtlicher. Also blenden wir die verketteten Spannungen aus, zeigen uns aber den Neutralleiterstrom an. Da hat es jetzt nicht viel getan. Da hat sich nicht viel getan, weil der Neutralleiterstrom in diesem Fall mit der symmetrischen Belastung ja Null ist. Da sehen wir, Bug, da, die Schwingung des Neutralleiterstroms, nichts. Und jetzt möchte ich zeigen, was passiert, wenn wir das asymmetrisch belasten. Also wir haben eine Dreieckschaltung, asymmetrische Belastung, Sternpunkt angeschlossen heißt das, das werden wir noch hören. Und jetzt ändere ich hier zum Beispiel in der Phase 1, ändere ich die Blindleistung, oder die Blindwiderstand auf 200 Bug, dann sehen wir, aha, jetzt hat sich dieser Strom hier, hat sich hier herüber, der Blindanteil ist größer geworden, okay. Der Rest, warum hat sich der umskaliert? Da hat sich eigentlich nichts geändert. Das muss Autoscaling von diesem Diagramm hier erfolgt sein. Aber die 7-Schwingungen sehen wir, sind gleich, die sind nach wie vor bei 1,5-R etwa Maximum. Und da ändert sich nichts, ändern wir das wieder zurück auf 100. Da sehen wir, in der Sinn, 100 habe ich gesagt, heißt 100 habe ich gesagt. Da sehen wir, da ändert sich nichts. Aber ändern wir das wieder zurück auf 200. Das heißt, die Skalierung hier rüben, die hat sich etwas geändert. Aber, wir sehen hier, jetzt gibt es einen höheren Widerstand, im ersten Zweig, das heißt einmal, die Amplitude ist geringer. Und auch die Phasenverschiebung ist eine andere. Das bedeutet aber, dass sich diese drei Ströme nicht mehr aufheben. Wenn wir jetzt also diesen durchgezogenen Strom und diesen strichlierten Strom und diesen strichpunktierten Strom zusammenzählen, erhalten wir hier, sehen wir so ein ganz kleines Pfeilchen, das ist der Neutralleiterstrom. Und dieser Neutralleiterstrom, sehen wir, der schwingt da gemütlich. Und wir sehen auch, aha, das ist jetzt gar nicht so arg. Das ist gar nicht so arg. Belasten wir vielleicht diese eine, die zweite Phase mit weniger Blindleistung. Naja. Und da sehen wir, dieser Neutralleiterstrom ist etwas größer geworden. Und die dritte Phase, so habe ich mal, belastet man mit weniger realen, uh, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, glaube ich, jetzt ist mir der Pfeu angekommen. 150. 250 haben wir da. Ah ja. 200. 250. Uh, 25 ist es vielleicht. Uh, 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 jetzt füllen wir auf, jetzt füllen wir auf. 250. Ja. Vielleicht. Oder nehmen wir mehr, 400. Das ist gut. Schau. Jetzt ist die dritte Phase eben mit, einen, einen, äh, größeren Realteil belastet. Und, na jetzt ist der Neutralleiterstrom schon ganz schön nachher. Ja, jetzt ist der fast schon so groß wie, aber wir sehen, durch diese Phasenverschiebung kann da eigentlich ziemlich viel passieren. Und wir haben gesehen, auch bei meinen Versuchen, da einen vernünftigen Wert zu finden, äh, dass der Neutralleiterstrom nie wirklich irgendwo hingewandert ist. Okay. Ja, so schaut das aus. Ja, so schauen die Schwingungen dazu aus, zu diesen Zeigertirern, also meiner Zeigertirer, aber ist schon übersichtlicher, wie man sieht. Ja, das ist gut. Ja, also diese komplexe Rechnung hat durchaus seine Berechtigung, aber ich wollte es eben herzeigen, dass man sich das dann doch vorstellen kann, dass hinter jedem Zeiger so eine Sinusschwingung liegt. Ja. Also, wie gesagt, da haben wir I1, I2 und I3 und in Summe ergeben sie eben einen Neutralleiterstrom, wenn dieser, ähm, wenn dieser nicht symmetrisch belastet ist. Bei symmetrischer Belastung sind I1, I2 und I3, genau 120 Grad Phasen verschoben und gleich lang und deswegen lösen sie sich gegenseitig aus. Da haben wir eben U1, U2, U3, das dazugehörige, ja, und das ergibt eben dann diese Schwingungen hier, ja, wenn wir sich das auch wieder anschauen, hier haben wir U1 und das zugehörige I1, hier haben wir U2 und das zugehörige I2, hier haben wir U3 und das zugehörige I3, und wenn man diese Schwingungen I1, I2 und I3 alle zusammenzählt, in jedem Punkt, dann erhält man diese Schwingung. So einfach ist, ich muss einfach in jedem Punkt, muss ich mir, muss ich diese, diese Beträge alle zusammenzählen und ich meine, das ist ja Urwert, da ist doch leichter, ich mache das mit dieser Pfeile. Gut, also das ist Drehstrom, das ist ein Drehstromsystem, drei Wechselstromsysteme, das mit dem Neutralleiter haben wir jetzt hoffentlich checked, ja, das nächste Mal sehen wir uns an, wie man so einen Drehstrom erzeugt, okay, wie man halt jetzt, irgendwie kommt das aus der Steckdose bei uns, ja, also der Hausanschluss ist sowas, die Steckdose ist wieder nur eine so eine Phase, na, werden wir schon ausschauen, ja, aber die öffentliche Stromversorgung funktioniert so, also muss ja irgendwo erzeugt werden, wie funktioniert das, nächstes Video, für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.